Mehr Cases, mehr Cases, man kann gar nicht genug haben. Das hier ist das Alu Case 4, eine kleine Stahlkäfig-Konstruktion, sehr, sehr leichter Bauart, wie der Name schon verrät, so aus Leichtmetall, Alu, bietet Platz für ein iPhone 4 und ein iPhone 4S, weil es keine speziellen Aussparungen, keine zugeschneiderten Aussparungen für die Lautstärke und Stummschalter-Tasten hat. Die Geräte sind ja ansonsten relativ identisch. Ja, und da schiebt man das rein und dann werden so zwei Gummiringe drum gespannt und dann hält es ganz gut. Ich bin ziemlich begeistert, hat zwölf Farben oder kommt in zwölf Farben, kostet 40 Euro, lässt sich weiterhin gut bedienen, verunstaltet das Design überhaupt nicht. Zwei Gummis, zwei Extra-Gummis könnten beiliegen, wenn die mal irgendwie ausleiern. Die Schalter lassen sich, naja, betätigen, also wer viele Lautstärke-Tasten benutzt, der wird da eventuell so seine Finger sich verstauchen. Ansonsten ist der Stahlkäfig sehr, sehr nett, sehr, sehr leicht und eine feine Hülle für den Preis.